So, hallo, wir machen weiter bei Super Mario Maker 2 und dieses Level lebt von Spontanität. Das bedeutet auch, es gibt eigentlich zwei Folgen, in denen ich den Abenteuermodus weitermache. Ich habe jetzt aber schon wieder einige Level eingesendet bekommen und ich möchte die eigentlich gerne vorziehen, weil ich finde, den Abenteuermodus ist jetzt nicht so das, was ich direkt so fortbringen möchte. Das heißt, nach diesem Video oder nach dieser Aufnahmesession, falls es jetzt mehrere Videos werden, kommen Folgen vom Story-Modus, die aber schon aufgenommen waren. Okay, also nur, dass ihr das grob einschätzen könnt, was da los ist. Das heißt, ich werde immer, also Story-Modus sowas, werde ich eher immer dann aufnehmen, wenn ich halt gerade nichts habe und da hatte ich halt gerade nichts. Jetzt habe ich aber halt schon gerade wieder was und dann will ich das eigentlich eher schneller dran bringen. Und es wird eh schon noch lang genug dauern. Gut, jedenfalls hat mir der Lutzfangmann, The Wheel, Rasierer und Counter-Fight haben mir jeweils ein Level geschickt. Und von Aggressor habe ich ein paar empfohlen bekommen, die letztendlich Winnie Wine Sauce gebaut hat. Wir starten mal mit dem Level von Counter. Da ich fast fürchte, dass mir das wahrscheinlich den ganzen Part kosten wird, erstmal den ersten hier, die erste Aufnahme. Wir werden sehen. So, den werde ich dann auch gleich speichern. So, zack und zack. Und wie das mit Baumeister speichern und so weiter ist, ich muss da natürlich gucken, wenn es irgendwann unübersichtlich wird, muss ich doch wieder Leute rausschmeißen. Aber... Holy moly, dieser Avatar. Okay, alles klar. Gut, aber das erstmal dazu. Cave Counter. Abschlussrate. Es hat noch keiner abgeschlossen. Es haben 86 Versuche von 11 Leuten. Na, jetzt bin ich aber echt gespannt, was du da gebaut hast. Er hat gesagt, er muss die Checkpoints rausnehmen. Ich verstehe gar nicht, warum er Checkpoints rausnehmen muss, wenn er doch am Ende eh keine Clear Condition hat. Aber gut. So, ich kriege hier eine Feder und dann kann ich hier hochfliegen, aber das ist bestimmt ein Troll. Oh, und das ist erstmal eine 50 Münze. Okay. Okay. Okay, und dann lande ich einfach mal hier. Ich habe jetzt halt keine Ahnung, ob das die erste... Äh? Wieso? Was? Ah, okay. Das klappt ja ganz gut. Okay. Ohne Checkpoint so viele rote Münzen sammeln, ist natürlich jetzt nicht ganz so das, was ich suche. Aber gut. Mal schauen, wie viele Trolls er eingebaut hat. Ich hoffe nicht allzu viele. Ja, jetzt hat er die Münze da eingesammelt. Ich weiß nicht, ob das gut war. Aber an sich könnten wir da einfach... Komme ich da einfach runter? Da falle ich runter jetzt, ne? Das wird nicht... Ne, das geht gut. Okay. Ah, ich muss den ablegen. So, was haben wir hier? Noch eine 50er Münze. Äh. Ja, das habe ich mir schon gedacht, dass ich da nicht raus... Okay, aber dann ist das da unten nutzlos. Dann ist das da unten nutzlos. So, das da oben, weil es letztendlich auch noch eine 50er Münze ist. Das brauche ich theoretisch nicht. Wir müssen uns mal den anderen Anfang angucken. Oder komme ich da... Ach, da komme ich direkt hier raus. Da komme ich direkt hier raus. Aber da komme ich... Ich muss über die Tür gehen. Ich komme ja sonst nur klein käme ich... Also klein käme ich da natürlich durch, aber... Na, das hier komme ich überhaupt nicht... Da käme ich eh nur klein durch. Also dann... Ja, das ist egal. Letztendlich werde ich hier klein nachher. Letztendlich habe ich hier nur einen Pilz. Entweder den oder den ich eh schon habe. Gut. Dann ist das Ganze hier Quatsch. Das brauchen wir alles nicht. Uh, das war blöd. Wiedersehen. Das war doof. Also um Zeit zu sparen... Oh, wait, 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 wait. Vielleicht komme ich da doch durch. Wait... Ah, nee. Wobei? Warte mal. Nee, das... Ah. Guckt man da irgendwie durch? Wenn ich halt stoppe. Wenn ich praktisch so fliege, dass ich... Aber ich müsste ja... Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Dass ich da irgendwie... Das kann ich mir... Naja, das kann ich mir nicht vorstellen, dass man bis da durchrutschen kann. Hm. Und... Naja, hilfreich wäre es letztendlich schon. Aber wie gesagt, ich kann es mir... Was mache ich denn? Ich kann es mir nicht vorstellen. Erst mal die Kills hochschrauben. So, der geht nach da. Aber ich komme da halt nicht durch. Die... Das Rutschen reicht halt nicht aus. Ah, und jetzt ist eh wieder vorbei. Ja, gut. Dann können wir auch klein durch und weiter probieren. Wir haben ja noch überhaupt nicht den Rest des Levels gesehen. Ich weiß ja überhaupt nicht. Ja, tschüss, Pilz. Ich weiß ja überhaupt nicht, was am Ende von mir alles verlangt wird. Gucken wir uns vielleicht mal das Level so weit an, wie geht. Und... Ach. Okay. Brauche ich den Peace Witch überhaupt? Das ist... Das ist alles sehr mysteriös. Okay. So, du bist jetzt erst mal weg. So. Ja, also, was mache ich denn? Ich habe doch vorhin die Sprünge hier auch hingekriegt. Ich habe doch vorhin die Sprünge hier auch hingekriegt. Nein. Ich kriege es nicht hin. Ich komme da nicht durch. Ohne die Feder zu verlieren. So. Neuer Anlauf. Ah, ich... Wie habe ich denn den Sprung hier vorhin gemacht, ohne dass ich da angee... Oh mein Gott, der ist echt knapp, ne? So, da kam ich einfach raus. Oh nein! So viel dazu. Das haut nicht hin. Ich komme da nicht. Man kommt vielleicht mit ganz viel Skill da irgendwie durch, aber... Das wirkt auf mich nicht so. Als ob ich das hinkriegen würde. Also, dieses Level wirft jetzt schon ziemlich viele Fragen auf. So. Diesmal gehen wir einfach nicht da runter. Das war nämlich alles nichts Wichtiges. Sondern wir gehen einfach weiter. Das ist jetzt erst mal die erste Erkenntnis. So. Was? Ach du Schande. Ach du Schande. Dann lassen wir den P-Switch woher ist. Ich werde es weiter probieren. Irgendwann rutsche ich vielleicht einmal durch am Anfang, aber... Ah, so halt nicht. So halt nicht. Okay. Also, wir holen uns nur den Pilz. Versuchen ihn zu behalten. Der Sprung reicht nicht. Aber Moment mal. Dann kann ich ja von Anfang an klein bleiben. Dann muss ich die Feder ja auch gar nicht holen, wenn ich hier eh nicht durchkomme. Dann kann ich mir die Zeit auch sparen. Dann kann ich hier gleich klein durchlaufen. Ich bin ja blöd. Das kostet mich ja Zeit. Ja, 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 ja. Machen wir es so. Machen wir... Machen wir es so. Okay. So. Weil ich will jetzt endlich mal mehr von dem Level sehen. Das wäre so die... Das ziehe... Ach so. Moment. Ich kriege die ja weg, die Kollegen da. Ha! So nicht. So nicht. Muss ich jetzt erstmal... Ich muss mir jetzt erstmal wieder erden und konzentrierter werden. Das ist jetzt erstmal die erste Geschichte. So. Also, wir nehmen hier den Pilz. So. Dann verlieren wir nicht den Pilz. Dann schießen wir die ab. Ah, reicht nicht. Mist. Dann springen wir geduckt und... Okay, aber die muss ich mir holen, weil da komme ich nicht mehr hin nachher. Das heißt, der Sprung muss auch jedes Mal sitzen. Uff. So. Und jetzt haben wir wieder das hier. Gut. Ach, im Normalfall funktioniert das auch. Ach, jetzt... Was hast du da gebaut, Counter? Warum? Da ist mein Plan schon wieder weg mit der Shell, aber es hat eh nicht funktioniert. Ah, ich ha... Dieser Sprung, ne? Dieser Sprung. So, wenn ich springe, sollte das aber funktionieren. Ja. Gut. Hat gut funktioniert, auf jeden Fall. Das ist genau das, was ich wollte. Das ist jetzt blöd. Oh, no. Äh. Das ist jetzt blöd. Jetzt muss ich hier wieder rausspringen. Hüpp. Okay. So. Ich... Das gibt's doch jetzt nicht. Oh, ich bin gerade so doof, ne? Das ist echt ungünstig gerade. Warum bin ich denn gerade so? So. Ich kann das nicht abschätzen. Wie ich da springen muss, dass das passt. So muss ich springen. Uff. Okay. So, diesmal kehren wir den da drüben aber wieder mit. Dankeschön. So, und jetzt haben wir ja eh... Oh, das wär's jetzt gewesen. Jetzt haben wir ja eh einen Hit, den wir theoretisch kassieren... Oh, nice. Theoretisch hätten kassieren können, aber wir kassieren ihn einfach gar nicht erst. Nein! Oh, war das dumm. Oh, und hier sind nur Münzen drin. Na, super. Komplett useless. Du willst jetzt nicht... Der will jetzt einen Shellchamp von mir. Wir probieren das anders. Das wird nicht... Das rei... Ne, das geht nicht. Da komm ich niemals hoch. Oh, no. Das war jetzt ja... Das war jetzt... Das wär jetzt ja Mist. Überhaupt nicht, was ich wollte im Übrigen. Kommt der wieder? Ne, ne? Jetzt hab ich's mir komplett ver... Ja, gut. Großartig. Nice. Okay, ich muss es jetzt anders probieren. Dann gucken wir, ob das funktioniert. Ja! Oh, nein! Aber es geht. Ich kann also... Das werde ich auch dann tun. Ich werde da keinen Shellchamp machen. Sondern ich werde den Dings als Hut mitnehmen. Das ist mir deutlich lieber. So, damit ist der Anfang klar. Jetzt muss ich nur wieder geduldig da durchkommen. Ohne Quatsch zu fabrizieren. Das wird das Schwierige an der Geschichte sein. Also groß bleiben wäre sinnvoll. Ja, hat sich erledigt. Ach, Mann. Weil hier wär's mir lieber, ich wär groß. Ich mein, der Sprung geht normalerweise, wenn man nicht doof ist. Aber man fühlt sich leicht... Also man fühlt sich besser, wenn man groß ist. Waja. So. Wir kommen in der Sache näher. Mach dich weg. Es ist halt kein Level für ungeduldige Connets. Genau wegen sowas. Genau wegen sowas ist es kein Level für ungeduldige Connets. So, das passt. Diesmal gehen wir einfach direkt hier hoch. Den nehmen wir weg. Die würde ich auch gerne einmal entfernen. So, die will ich ja dann verwenden. Das heißt, wir machen jetzt das hier. Dann setz' ich mir den auf. Dann geh' ich rüber. Dann geh' ich rüber. Nice. Na, dann kann ich mir nämlich auch hier den Kopf stoßen, wie ich lustig bin. Okay, dann kriegen wir hier'n Pilz. Aber was ich nicht verstehe, ist, warum du den, 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 den Dings entfernen musstest. Die. Ach so. Den, den, den Mittelpunkt. Wegen den Münzen. Mist. Oh no. Was ist da drin? Äh, okay. Kann ich mich mit dem Ding in der Hand da ranhängen? Ja. Nicht das Teil jetzt drücken. Sehr gut. Oh, es funktioniert. Nicht wie ich dachte, aber es funktioniert. Nein! Ah. Was ist das für ein Level? Ne, da starte ich neu. Den Pilz brauch' ich. Auch wenn ich ihn eh gleich verliere. Aber ich verstehe nicht, warum er gesagt hat, er musste den Dings entfernen. Das raffe ich nicht. Aus welchem Grund denn? Der war, ich weiß, ich kann mir schon denken, wo der Mittelpunkt war, aber warum musstest du den entfernen? Das ist jetzt nicht so, dass die Münzen nicht gespeichert worden wären oder sowas. Du hast keine Windcondition drin, warum musstest du den entfernen? Das ergibt für mich noch keinen Sinn. Okay. Ah, nein! Ich meine, ich kriege da drüben eh gleich wieder den Pilz. Von daher ist es an sich egal. Von daher ist es an sich egal, aber... Naja. Ne? Nein! Oh, ich bin so aufgeregt. Ach, Mann! Ne, wollte ich gar nicht. Brauche ich nicht. Leider. Ja, tschüss. Ach, ich bin einfach zu aufgeregt. Das gibt's doch nicht. Ah! So ein Murks. Nein! Das hat jetzt ja... Also der Tod gerade war halt wirklich einfach nur doof. Sonst nix. Der war einfach nur doof. Na toll. Dann geht die halt nicht weg. Ist ja egal. Das ist jetzt auch nicht das Problem. So. Gut. Gibt mir das. Gibt mir das. Theoretisch sollte man es ja auch mit dem Sprung schaffen. Dann würde ich die behalten können, ne? Yo. So. Jetzt soll wahrscheinlich eigentlich das hier passieren. Okay. Und jetzt soll wahrscheinlich eigentlich... Jetzt muss ich ihn... Ah. Okay, ich kann ihn einfach loslassen, wenn ich da dran bin. Aber wie soll man denn hier abspringen, wenn man den jetzt nicht auf dem Kopf hat? Das raffe ich nicht. So, jetzt bin ich gespannt, ob wie der Sprung jetzt wieder funktioniert. Ich darf nicht komplett ausschwingen. Dann haut es nicht hin. Ich muss... Ich über... Ich probe jetzt mal... Nach links geduckt abzuspringen, ob das geht. Ich bin einfach runtergefallen. Okay. Also geduckt abspringen geht nicht klar. Oh Gott. So ungefähr muss ich da rüber. So ungefähr muss ich da rüber. Oh Junge. Oh Gott. Okay, 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 okay. Rieche nochmal so ein Ding? Hier, ich rieche einen Stern. Okay, alles... Nein, nein, nein. Nicht so schnell. Nicht so schnell. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich bin gerade dezent aufgeregt. Mama. Das ist die letzte Coin, ne? Ich möchte es nur mal ganz kurz betonen. Das ist die letzte Coin. Ich möchte jetzt hier durchrutschen einfach nur. Ich möchte hier runter. Ich möchte jetzt nicht mehr sterben. Behalt deine blöden Bomben. Was kommt denn jetzt noch? What? Ich nehme das mal vorsichtig in die Hand. Achso, ich muss jetzt... Oh ne, ich muss jetzt von hier das Ding treffen. Ich fall runter, Leute. Ich fall runter. Ich weiß es. Ich weiß genau, dass ich runterfallen werde. Ich hasse alles. Ich hasse alles. Nein! Ach, komm! Warum weiß ich denn sowas? Aber was ist denn das auch für ein dummer Sprung nochmal am Ende? Äh, da muss man geduckt springen wahrscheinlich. Ey, da sind so viele fiese Stellen, ne? Boah! Ich habe eigentlich das nicht ernst gemeint, als ich gesagt habe, dass wir Video über den ganzen Part einnehmen. Aber hey, äh, das Level. Guckt, wo wir sind. So. Mein Gott, ey. Kann doch nicht wahr sein. Ach, guck mal, ich muss hier eh... Das ist jetzt nicht so gut. Äh. Super. Wie soll ich denn jetzt? Oh, ne. Ja, perfekt. Das war's. Ich krieg jetzt nen... Nein, das war's nicht. Ich krieg das noch gerettet. Alles gut. Ich krieg das noch gerettet. So, wir haben ja vorhin gesehen, die Sprünge gehen auch, ohne das da hochzuwerfen. So. Ich komm da ja hin, indem ich über den hier gehe. Und dann über den hier. Und dann über den hier. So, und jetzt ist wieder die Situation wie vorhin, ohne dass ich den weggeworfen hab. Alles gut. Also, das kann man retten. Diese Sprünge, ne? Oh Gott. Und jetzt kommt wieder dieser blöde Stern-Part. Man wird halt schneller dabei. Es ist von der Physik her so... Uff. Okay, 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 okay. So, na, na, nein, 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 nein. Gott, was tue ich? Das war nicht gut. Das war jetzt gar nicht gut. Jetzt muss ich wieder auf meinen Kopf achten. Ja. Super. Kann ich die irgendwie... vorsichtig? Super. Ich raste aus, wenn ich jetzt durch irgendwas sterbe, was mich trifft. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Dafür bin ich jetzt klein. Das sollte der Sprung jetzt einfacher sein. Hier zurück. Andererseits kann... Oh nein. Könnte ich jetzt noch leichter runterfallen? Oh, Mama. Nein. Nein. Ich hab' ne Idee. Ich hab' ne Idee. Gute Idee. Vielleicht schaff' ich es, den On-Off so zu manipulieren, dass ich mit gedrücktem Blauen... Also, dass der blau ist, wenn ich bis nach hinten komme. Kriege ich das hin über meine Tricks, die ich bisher gemacht habe? Muss ich mir mal angucken. Ach, ich... Mann. Ja, ist super. Letztendlich ist es egal. Ich komm' ja klein durch, aber... Ich hab' halt ne Sicherheit, wenn ich nen Pilz hab. Die ist halt jetzt weg. Die Sicherheit. Okay. An sich dürfte jetzt nix mehr schief gehen. Okay. Okay. An sich dürfte jetzt nix mehr schief gehen. Außer ich renne halt in die Stacheln rein. Das kann noch passieren. Dann geh' ich zwar weinen. Nein, passiert nicht. Okay. So, jetzt hab' ich ja wieder meinen Pilz und damit ist alles wieder wie gehabt. Zack. So, jetzt nehm' ich den hier noch zusätzlich mit. Also. Schaffen wir es, den so zu lassen? Oder muss er rot sein? Das ist jetzt die Frage. Er muss rot sein, weil ich muss da drüben landen. Mist. Ja. Ich muss ja da drüben landen. Das ist der letzte On-Off. Wenn ich den hier drücken könnte und dann in die Dinger hier rein käme, was ich nicht hin... Das krieg' ich nicht hin. Nein, ich muss ihn drüben erst drücken. Ich kann ihn erst drüben drücken. Oh, ist das belastend. Oh, ist das belastend, ne? Ach, nein! Was ist das hier eigentlich mit nem Drehsprung? Ja, ist das halt auch nicht viel besser. Ja, es ist alles der gleiche. Mist, ob ich da jetzt geduckt springe oder nen Drehsprung mache. Es ist alles richtig knapp. Das wird nix. Mist! Und ich weiß ja nicht mal, ob's dann zu Ende ist. Oder ob ihr mir dann noch nen Pause ins Gesicht schmeißt. Das ist ja eigentlich... Das weiß man ja mal nicht, ne? Ob dann da schon Schluss ist. Oder ob dann noch was kommt. Und ich fürchte fast, da kommt noch was. Nein. Den brauch ich nicht. Ja, super. Dahin gehört der. Nee. Also voll aufdrehen, Drehsprung. Da bringe ich auf jeden Fall auch die Decke dann hin. Komme ich auf jeden Fall auch an die Decke ran. Haaaah. Das ist alles nicht das, was ich möchte. So. Das ist alles nicht das, was ich möchte. So. Ich krieg den nicht gedrückt. Nein, es haut nicht hin. Ich kann auch nicht von hier den wegschicken. Wie weit fliegt der? Es reicht nicht. Ne. Ach, ich krieg den. Mann! Ich muss eher springen. Aber es reicht nicht, den wegzuschießen. Das heißt, ich muss diesen dämlichen Sprung da hinten hinkriegen. Oh. Oh. Oh, holt mich hier raus. Ja, tschüss. Uff. Uff. Nein. Uff. 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 Ja, gut. Ich müsste halt den Sprung am Ende mal üben können. Aber ich kann halt... Oh, das ist furchtbar. Das ist echt ein frustrierendes Level. Meine Herren. Es ist so viel, was schief gehen kann. Und es geht dann halt auch schief. Uff. 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 Ach, jetzt komme ich nicht mal mehr da rüber. Sheesh. Die Ecke, wenn ihr das schon getrennt ist, dann die Ecke. Die Ecke, wenn ihr das schon getrennt habt, dann kommt es in der kleinen Ecke. Die Ecke, wenn ihr das schon getrennt habt, dann kommt es in der Ecke. Das war knapp. So, eigentlich brauche ich den halt gar nicht mitnehmen, weil ich den eh nicht nutze. Weil ich halt eh diesen Weg hier gehe. Den ich tatsächlich einfacher finde. Aber jetzt. Komm, halt diese blöden, dämlichen, verfluchten Sprünge. Oh, das war super knapp. Ich krieg's nicht mehr. Ich hab's doch vorhin hinbekommen. Ich hab sie doch vorhin noch hinbekommen. Warum denn jetzt nicht mehr? Ey, wir sind noch groß. Zumindest prägt's mir fast nicht mal, was, dass ich groß bin, weil ich ja hier dann Probleme bekomme. Das heißt, ich mach mich jetzt hier mal klein. Das Großsein ist an sich wirklich nur gut, um hier sicher nach hinten zu kommen. Danach brauche ich das eigentlich gar nicht. Danach behindert's mich. Das ist überhaupt die Idee. Es ist zwar blöd, da hinten klein zu sein, aber... ...für diese Sprünge hier... ...ist es vielleicht besser. Gerade dann für das da. Ich glaube, das ist... Ich glaube, dann machen die Sprünge hier weniger Probleme. Selbst wenn ich da nämlich anecke. Ja. Ja. Ja, die Sprünge machen deutlich weniger Probleme, wenn ich klein bin. Was hinten, wie gesagt, ein Problem darstellen wird. Weil da will ich eigentlich nicht klein sein. Aber dann ist es jetzt halt so. Und ich darf jetzt hier halt nicht. Haha. Yo. Aber dann habe ich hier jetzt auch noch die Gelegenheit... Ah, das ist eigentlich gut. Das ist schon gut. Wartet mal. Nein, das wollte ich nicht. Aber ich muss was testen. Nein, kann der den drücken? Aber jetzt kann ich es nicht mehr testen. Weil jetzt muss ich... Jetzt muss ich es über den Dings machen. Weil wenn ich den verhaue, der ist ja weg dann. Oh. Moment. Nein, wie soll ich denn den Sprung jetzt hinkriegen? Oh nein. Oh nein. Bitte kein... Bitte kein Quatsch mehr. Wieso kriegst du jetzt einen Yoshi? Was passiert jetzt? Oh. Alter. 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 Boah. 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 Nee, Mann. so da war echt fiese stellen drin so hier mein lieblings emoji punkt wo ist der unterstrich ab dafür ich glaube ich habe es erst mal einen kommentar gepostet kriegt dafür ein t shirt es hat mir das echt das ganze video gekostet großartig jetzt bin ich auch erstmal kaputt also rasierer und und ich spiele euch in der nächsten haupten die ich in einer halben stelle so starte aber jetzt brauche ich erst mal eine pause danke fürs zuschauen und tschüss